Musik 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 Vielen Dank. 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 Also wir sind im bischoflichen Krypto und Krypto ist richtig. Da sehen wir drei Säge und die gefahren zu Bischofen. Das heißt, das ist rechts, da sehen wir die Daten, da sehen wir die Daten, auch drei Daten, das erste Geburtsdatum, dann das ist, also 20 Euro. Das ist ja, da sehen wir die Daten, die, 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 die... Da sehen Sie, die Nummer sind da und da sehen auch die Nummer hier und man weiß, wo ist das das heißt. Wo stehen wir jetzt? Können Sie denn eigentlich sehen? Ja. Das ist der Tor. Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.